Alles gut. Und ihn vornehmen. So. Ich werde unsere gemeinsame Zeit nie vergessen. Hier geblieben. Da müssen wir hin. Nimm dich vor der Fledermaus in Achtung. Nimm dich vor der Fledermaus in Achtung. Ne, was zum Werfen? Hö. Da unten ist ein Slick. Den bringen wir ein wenig durcheinander. Ach komm schon. Ach komm schon. Ach komm schon. War Absicht. Ich hab die Hoffnung. Aber der läuft sonst nicht über den Punkt. Mist. 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 Kerl. Oh, der ist viel zu schnell, Freunde. Das macht uns scheinbar keinen Schaden. Ich bin viel zu langsam. Ja. Ja. Dieser Mistkerl. Glücksfall. Glücksfall. Glückstreffer. Mir auch immer. Oh. 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 Äh. Angst. Apes Magen vertrug nicht die Paramide Pastete. Doch nun ging sie erst richtig los. Irgendwie so. Was haben wir hier? Paramides sind nicht gerade hübsch, aber wenn du auf ein Paar triffst oder sie gegen eine Wand drängst, dann wird das echt fies. Die sehen echt eklig aus, Freunde. Schaut mal, die haben eine Hand als Kopf. Und was für dürre Finger. Folge ihnen, wenn du dich traust, aber lass dich dabei nicht in eine Falle locken. Trieze die Paramides, indem du Fleisch wirfst. Was haben wir hier? Steinschloss. Unsere Tempel sind dunkel geworden, seit das Magog Kartell die Mudokons versklavte. Einfach. Entfache die heiligen Feuer, indem du alle Steinschlösser aktivierst, die du finden kannst. Erst wenn alle Steinschlösser aktiviert sind, ist es dir erlaubt, an den Initiationsrieten teilzunehmen, des Tempels teilzunehmen. Okay. Ich muss auch mal... Paramonial. Ach du Gute, oh ne, oh ne. Wir müssen also zwei, vier, sechs Dingsis sammeln. Was so immer das sind. Wo geht's hier hin? Wir nehmen uns einfach mal die Tür. Uh, da ist ja schon einer. Wir müssen Fleisch werfen. Jetzt müssen wir erstmal umgehen. Fleisch kriegen. Okay. Hier drüben ist auch einer. Wir dürfen so nicht in die Ecke drängen, ne? Geht's da irgendwo hin? Wir müssen Kröte. Verpiss dich. Ach, herrje. Was heißt das? Ich kann das Wort nicht lesen, Freunde. Wirf vielleicht. Wirf Bomben mit. Und da? Auch mal bitte? Irgendwas. Bomben mit. Keine Ahnung. Wollen wir ihn jetzt anders hinstellen vielleicht? Ton-Niev-Bomben mit... Äh, was? Ich kann es nicht lesen. Sorry, Freunde. Ich kann es echt nicht lesen. Dahinten ist einer. Ich kann es nicht lesen. Vergiss... nicht... wie? Was? Irgendwas runter. Ach, du grüne Neune. Hm, hm. So, die Thronkorten helfen uns, weil einer noch weiterhelfen uns. Nicht. Schreie hier. Hallo. Hey, there. Okay, you can go. Nyan 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 nyan... Gup. Cool, was sind wir denn jetzt? Können wir das irgendwie durchleicht? Äh, nope. Was können wir jetzt Tolles? Uh, geil. Der hat gesessen, Freunde. Fleisch! Drei Stück. Dann noch mehr Fleisch. Hab mich eigentlich nur verknickt. Schöne Sache, das. Ja. Dankeschön. Das ist voll nett. Oh, Ape. Ha, shit. Witzig. Ähm, den haben wir auch noch nicht gesetzt. Ach, das war die Glocke. Perfekt. Jetzt möchte ich immer wissen, wo's hier oben weitergeht. Oh, shit. Shit. Kein Glücksafe gemacht. Ach, Freunde, ich bin so schlau. Nicht. Oh. Oh. Oh, haben wir gezogen. Oh. 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 Ich hab den oberen Hebel nicht gezogen, glaub ich. War das der? Ich glaub eher der da. Ja, das klang korrekt. Wui! Komm, da noch mehr! Alter, aber weiter. Die explodieren leider nicht. Wie lang müssen wir das tun? Wie lang müssen wir das tun? Riesiges Steak, Freunde. Mein bester Kumpel würde auch voll drauf abfahren. Ich nicht so. Das war wieder mal ein unglaublicher Treffer. Okay, die Fülle. Ey, ich hab euch noch drei Schring geworfen. Und wieder kein Quicksafe. Ihr tut mir leid, Freunde. Ihr tut mir wirklich leid. Oh, Mann. Tja, aber mir erschließt sich nicht wirklich, was dieses Rücken gemitteln sollte. Njenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjen Da sind wir unten noch mit dran. Ah! Jetzt. Du hast du Land gewinst. Blödes Vieh. Jui! Das hat man superkräftig. Jai, Tür! Ah, das ist wahrscheinlich der Ausgang. Wir müssen praktisch durch jede dieser Level hier durch. Oh! Oh! Hier oben ist eine Flamme angegangen. Sehr gut. Tja, würde sagen. Einfach mal das nächste. Ich bin gespannt. Das werden jetzt alle solche Slick... Nee, Paramide-Rätsel sein. Fürchte ich. Ich sehe ekligen Viecher. Mag ich ja nicht so. Ach du grüne Leute. Oh! Hä? Ahem. Ich hab... Ich war gerade auf dem Klo. Was ist passiert? Ich hab nicht zugeguckt. Echt nicht? Ich hab auch gar nicht gespielt. Was? War da was? Was? War da was? Was? War da was? 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 Ich hab nichts gesehen. Verfeindlich. Ah! Ah! Okay, ich glaub ich darf nicht rennen. Was? Was? Why do birds suddenly appear? Ja, was ist denn? Mensch, ey. Hä? Okay. Also. Ja, was ist denn? Du stehst doch nur da. Also. Ja, was ist denn? Alter, der hält doch gar nichts aus. Was? Ey, Bziller, was los? Muss man da irgendwie einen Laufschritt durch oder so? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum der da immer krepiert auf dieser Plattform. Hä? Sag mal, war das die Fledermaus? Was? Da war doch kein Fledermaus, ne? Ich kann's mir jetzt nicht vorstellen, aber... Ich hab echt keine andere Erklärung. Boah. Tatsache, die Fledermaus bringt uns um. Was geht denn ab? Jetzt kapier ich das auch. Oh, nicht mehr. Wie können die da... Solange die nicht fliegen, können wir nix machen. Das ist meine Hand auf der F8. Oh, jetzt nicht mehr. Oh, jetzt nach der F8. Lass jetzt meine Hand auf der F8! Das ist Reload. Das war eine Blödheit. Okay, wartet mal. Wenn das Ding genau weg ist. Das war falsch. Ich hoffe, das wird nirgendwo mitgezählt, wie oft man stirbt. Die scheiß Fledermäuse. Wie soll man denn? Ah, wir können uns ja dupfen. Fallout to reloaden, habe ich das ganz vergessen. Nee, ey. Echt nicht. Nee. Oh, Freunde. Wie kann die Fledermaus uns umbringen? Wie kann die Fledermaus uns umbringen? Das kann doch gar nicht sein. Ey, Vögel. Das bringt uns einfach nichts. Das bringt uns überhaupt nichts. Der kann sich nicht dupfen. Wir können entweder rennen oder gar nichts anderes sonst. Wir können nur Glück haben. Und warum sollten wir sie einschalten? Wir können nicht mehr. Ich glaube, wir haben es geschafft. Alter, der freint da mal. 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 Das war falsch. Das war falsch. Ich bin jetzt an Sterben gewöhnt. Das passiert jetzt noch öfter. Oh, ein Glick. Nee, ein Bunti. So, wir haben das kloppt, Leute. Oh, Freunde. Das war ein hartes Level. Nein. Nein. Wir müssen zurück. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich hasse mein Leben. Ich hasse Apes Leben. Fühlt da mal, sie fliegen noch. Ich schon wieder. Das Ding muss genau vorbei sein. Ja, so in etwa. Warum ist hier drüben auch ein Checkpoint? Braucht man, glaube ich, einfach Glück, Freunde. Warte mal, da ist der Fledermaus hängen geblieben. Wie gemein, ne? Von den Steinen her hatten wir... Ja, genau. Das wäre jetzt die perfekte Position gewesen. Da bleiben wir diesen scheiß Fledermäusen. Okay, jetzt mal nachdenken. Jetzt ist sie oben. Die fliegen Kreise. Okay. Die fliegen Kreise. Die fliegen Kreise. Die fliegen Kreise. Ah, die Fix. Jetzt brauchen wir mal nur ein Kick-Save. Jetzt. Ah, verdammt. Nein. Ich kann mich nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren. Die Steine und die Fledermäuse. Runter. Jetzt. Schnell, Ape! Oh. Also. Nee, Ape. So wenig. Boah, ich sage eigentlich, in dem Gamepad wird es so viel leichter. Oh, Freunde, ich sag's euch. Meine Nerven. Boah, das war ein ekliges Level. Ein ekliger Test. Ein ekliger Test.